Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Walhalla, heute zusammen mit Red. Hallo. Hallo. Ich sage immer, wie wenn es so etwas einzigartiges wäre, dass du dabei wärst, aber es ist immer dasselbe. Aber egal. Leute, heute verkaufen wir unsere ganze Kohle oder einfach alles, was wir haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wirklich. Und ja, das ist das Ziel und damit fangen wir jetzt an. So, also bei mir kommt jetzt erst mal kurz ein kleiner Cut rein, weil ich nochmal kurz in die geheime Kiste musste. Lol. Ah ja. Okay, nachdem wir gestern den Server gestoppt haben, ist keiner mehr auf dem Server gewesen. Echt? Das ist aber eigentlich immer so schlecht. Ja, ich weiß auch, weißt du, woher ich das weiß? Ich habe gestern am Ende der Folge vier Eichenholzbretter bei mir aufs Dach gedroppt, weil ich sie nicht im Elementar haben wollte. Ah, und jetzt sieht die noch da. Das heißt, der Server ist nicht gelaufen. Wir haben immer noch keine Kuh. Okay, kurz der Cut hat bei mir. Hast du eine Leine? Hier liegt ein Apfel unten. Was? Ja, ich habe zwei Leinen. Oh, cool. Kannst du mal eine geben? Ja, komm her. Aber du musst auch einen Cut reinmachen. Ich bin gerade in der geheimen Kiste. Ja, ja, ich gucke einfach zu unserem Feld. Ich kann sowieso mal das... Wir haben jetzt noch vier... Ach, hier sind die ganze Kohle. Oh, nee. Zwei Stacks Kohle. Ich glaube, einfach rückwärts. Du kannst mir das so an... Diensten hier. Warte, ich muss erst mal die Dinge suchen. Wollen wir wieder was zu essen? Ich habe wieder kein Essen mehr. Ich habe sie schon gefunden. Ich nehme ja mit eine. Ja. Ja. Ich tue mir jetzt aber das Fire Dragon Flash braten. Hast du noch Leder bei dir? Du musst noch ein Leder. Das kann man nicht braten. Ich nehme mir das mal ganz kurz. Dann kann ich mir noch Dings machen. Fire Dragon... Da. Fire Dragon Flash. Was kann man damit machen? Ach, Digga, wo ist jetzt das Papier? Ach, hier. Kann man das einfach tun? Wir können es noch ein Buch machen. Ich weiß es nicht. Ich muss halt ausprobieren. Lol. Dann brennt man. Okay. Aber es gibt viele Hungerkeulen. Vier. Viele. Ach so, viele. Also, ich glaube, drei oder vier hat es gegeben oder so. Also, es gibt trotzdem relativ viel. Ja, ist aber okay. So, ich würde sagen... Alter, wir können noch immer noch nicht... Weißt du, die Daten, die du gelesen hast, ne? Wo wir hier in der Oberwelt hingerannt sind, das waren die von unserem Neta-Portal im Neta, ne? Ach, Gott. Ach so, deswegen bin ich angekommen. Ja, ja. Okay, wo ist eigentlich meine Kohle? Hast du die irgendwie genommen? Ach so, ja, die hast du ja, ne? Steht kurz auf K hier. Perfekt. Steht einfach wirklich auf K hier. Hier und dann... Da gucken wir was. Wieso ist der Amboss jetzt hier oben? Hab ich den da hingebaut? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Hier kommt er hin. Dann bauen wir einfach in den nächsten... Einer der nächsten Volklinge mal hier so ein bisschen Dorf. Damit wir das ein bisschen schöner hier haben. Weil, to be honest, noch ist es noch nicht so beautiful hier. Also, meiner Meinung nach. Natürlich individuell, aber... Wir haben kein Holz einfach. Das ist einfach scheiße. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Was ist das denn für den Sound? Ich fahre mir jetzt hier noch kurz während irgendwie Red... Keine Ahnung, was der gerade macht, Alter. Ist auf jeden Fall gemutet. Ich will aber hier ein bisschen... Leute, heute Abend, wo ich das Video aufnehme hier mit Red... Das ist eigentlich sowieso komplex, dass ich das sage. Aber ich strebe dann heute Abend noch. Ja. Perfekt. Vielleicht streame ich auch an diesem Abend, wo das Video online kommt. Immer, immer am... Also meistens eigentlich immer... Also eigentlich mein... Ach, egal. Ich weiß auch nicht... Mein Plan ist auf jeden Fall, montags zu streamen, donnerstags und mittwochs. Ne. Doch. Ja. Also montags, mittwoch und donnerstags. Das sind so die Streaming-Dates bei mir. Und ja. Hat euch wahrscheinlich übertrieben gejuckt. Aber egal, jetzt wisst ihr es. So, wir machen auch diese Höhe. Dann passieren wir dann hier so einen Balken durch. Das passt dann... Hinten reinkommt Lava. Ich habe gesehen... Dass hier unser Wärter Herr Red... Hier unten einen Lava-Eimer hat. Den nötige ich jetzt einfach ganz gut. Würde er nicht merken. Ach, aber stimmt. Ich brauche zwei... Egal. Auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht. Hat er jetzt einen Eimer? Ja, er hat bestimmt einen Eimer. Aber deswegen halte ich den nicht einfach. Ich bin zu wehrelos. Ich bin so ein... Asozialer geworden. Aber egal. Denk mal. Das nimmt er mir nicht übel. Wichtig mal. Ach, wir haben dann einfach immer noch einen Eichenholz mehr. Ich muss einfach... Nein. Was macht er eigentlich gerade, Alter? Er hätte zumindest irgendwie schlafen gehen können oder so. Hallo. Ich bin's wieder da. Ah, okay. Hallo. Wenn man antwortet, ist ein bisschen länger gedauert. Es kann sein, dass ich ja noch mal kurz weg muss. Ach so, ja. Ist kein Ding. Also, ja. Hast du da Lava reingesetzt? Ja, ich habe kurz deine Lava-Eimer genötigt. Das ist nicht dein Scheiß-Erin. Lass es nicht schlafen gehen und danach losgehen. So. Komm mit der Ausraster. Oh, ich habe Hallo geschrieben. Hallo, Alter. Hallo. Hallo, Leute. Ich dachte, ich hätte WL getippt. Ja. Was könnte mir denn Blinder sein? Was habe ich hier noch? Oh, drei Fische, Alter. Okay, okay, Gold-Aftor ist jetzt meine, Alter. Aha, ich habe die Lava bekommen, Loll. Also, okay, Gold-Aftor sind wir wieder, Alter. Okay, ich nehme hier mal noch Glasflaschen mit. So, keine Ahnung. So, Leute, ich habe gesagt, ich habe die Level 30, das ist jetzt hier ja Türen, schüch, aber es ist trotzdem hier hinten noch alles aus. Ah, nee, ein bisschen was aus Holz. Ja, ja, ich dachte, hier unten können wir dann irgendwie da hinten noch so ein kleines Lager bauen. Alter, keine Effizienz, Effizienz. Was, was kriege ich auf mein Emerald-Schwert? Ich kriege Schärfe 2 auf das Emerald-Schwert. Das ist sowas von gebombt, Alter. Nur Schiff. Hast du jetzt eigentlich schon das Bücherregal gemacht? Ja, bei uns fehlt leider, glaube ich, immer noch so ein bis zwei Bücherregale. Und zählen noch eins, zwei, drei, vier Bücherregale, glaube ich. Oh Gott, Alter. Ja, egal, dann gehen wir noch kurz ein bisschen auf die Jagd nach Kühn oder so. Oha, Haltbarkeit 2 und Schärfe 2 auf Emerald-Schwert. Ich kriege immer nur Effizienz. Ja, ich gehe wieder Richtung Dorf erstmal. Ich gucke hier noch kurz wegen der Kiste. Warte auf mich, warte auf mich. Ja, ja, ich warte hier beim Dachlust. Hast du nicht auch ein Emerald-Schwert? Gib mir das mal. Ja doch, ach so. Was soll ich da draufkriegen würde? Ach so, ich kann auch mal eine Emerald-Chestblade mal gucken. Emerald-Chestblade, Haltbarkeit 3, Haltbarkeit 3, Haltbarkeit 2. Was ist denn das, Alter? Kompletter Müll. Mann, das ist jetzt dumm. Egal, ich lasse das damit zu. Wo bist du jetzt eigentlich? Äh, ich komme gleich. Ich muss hier noch kurz einen Baum fällen. Hattest du den Drang danach, kurz einen Baum zu fällen? Oh, Federfall 4, Alter. Oh, hä, mach! Haltbarkeit 3, Federfall 4, Schutz 3. Oh mein Gott, hier hast du mal noch mein Schwert, Alter. Die grauen Drachenschuhe, Alter. Die Waren, die einzig Waren. Glück 2! Auf was? Meine Emerald-Picke. Oh mein Gott, nice. Ey, das ist so wichtig. So wichtig zum Farmen halt auch. Glück 2. Ja. Effizienz 3, Glück 2, Haltbarkeit 3. Oh. Jetzt kriege ich auf ein Schwert nochmal. Schärfe 3, Emerald-Schwert, let's go. Was habe ich denn kommen, bist du? Ja. Was habe ich bekommen? Schärfe 2. Ah, okay, nein. Schärfe 2, Haltbarkeit 2, ja. Und ich wollte mal gucken, was kriege ich auf meinen Helm. Krieg mir mal Hammer machen. Was hast du an Emerald? Hast du oder irgendwas an Rüstung noch? Schutz 2, ja, das lohnt sich nicht mehr. Guck mal meine Schuhe, meinen Helm und meine Hose. Die Großplatte ist leider schon gut sauber. Ne, wirst du nicht. Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt die Level nicht mehr rausgehauen. Ich brauche jetzt. Komm. Achso. Toll. Alles so. Ja, ich will jetzt nochmal was in die Chester tun. Die Glaslasche nehme ich mit. Ne, warte, das ist ein bisschen stupend. Ich muss ja unbedingt mein Haus richtig bauen. Das sieht doch so kacke aus. Alles machen wir dann in der nächsten Mal. Ja, ja. Okay, lass uns losgehen. Oh ja, warte mal, ich mache hier glücklich an den Stein. Achso, aus meinem Lava einmal wenigstens. Ja, oh, ich kriege keinen Fallschaden mehr. Ich habe gerade Fallschaden bekommen, habe aber keinen Schaden bekommen. Federfall 4 kickt echt rein. Hast du die Kohle mitgenommen? Ja, ja, klar. Ich habe die ganze immer mitgenommen. Okay, dann komme ich jetzt auch. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe die Kohle mitgenommen. Ende. Und ich habe die Kohle mitgenommen. Dicke, hattest du so viele Pferde. Oh. Wieso sind die alle... Achso, weil ich so ein krasses Schwert habe. Ähm. Ach, scheiße, jetzt hab ich... Ne, du, ich so jetzt noch okay. Ich hab das Gefühl, dass ich auch mehr Level kriege mit Glück. Okay. Kurzer Cut. Wie ist es jetzt hin? Achso, ich sitze drauf, ich idiot. Nein. Ich hab keinen Sattel, mein Problem. Ja doch, ich hab einen gefunden, mal in der Mine. Ja, ja. Komm schon, Alter, fähr jetzt. Der Leerfluss, der... Ich hab ein Bett, hast du ein Bett dabei? Ja. Warte, ich muss kurz gucken. Wollen wir kurz pennen? Aber eigentlich will ich hier nicht pennen, weil dann ist ja jetzt Bonpoint weg. Ja doch, ich hab ein Bett. Ja, komm, pennen wir haben noch kurz. Scheiß drauf. Sicher? Ja. Ich hab die Spinne aus dem Bett gehittet, Alter. Ich hab one-hit, let's go. Ich glaub, ich mach sogar... Oh, jetzt hör ich ein Zombie. Jetzt hat mich der Zombie aus dem Bett gehittet. Ach, Diga, komm schon. One-hit. Ich hitte, Alter, das one-hit weg. Ey, im Glück hast du geschlafen, aber wir haben ja auch gleich so ein Bett bekommen. Wer hat one-hit ohne crit? Nee, es hat dann noch ein halbes Herz. Ja, das ist so. Nö, ich mach's one-hit. Ich hab Schärfe 3. Ich hab einen Schärfestufe mehr. Achso, ja, gut. Es hat zwei Leder getroppt. Bist du? Bro. Hey, ich bin fast tot. Bist du? Ich bin hier noch bei dem Drachen ist. Ich versuch hier noch, dieses Scheiß Pferd zu zähmen, Alter. Aber ich bin irgendwie zu unfähig. Lass doch das Pferd Pferd sein. Dann suchen wir halt ein neues Dorf. Ah, ich hab's gewiss, Team. Ich hab's gewiss, Team. Oh, das macht das Pferd Pferd. Oh! 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 hey digga sind wir lost sind wir denn gelaufen ziemlich lost auf jeden fall die frage ist jetzt wie kommen wir sonst am dorf mein ging mein pferd ja wir haben noch mehr ja aber es ist nicht mitgekommen ja da hat es halt pech gehabt doch man war es ein schnelles ja das war natürlich gut er hatte nur ein halbes herz schaden auch man gehe davon aus dass es ein unfall hatte ich bin halt actually wieder bei unserem fucking drachen ist rausgekommen so so Na gut, ich logge mich kurz hier auf, außen. Ich gehe danach auch noch, ich suche noch kurz mein Pferd hier, ob ich das noch finde. Schau mal hier auf das Gord, warst du das, der das hier irgendjemand platziert hat? Nee, vielleicht kann ich mich auf jeden Fall nicht erinnern. Ich würde noch kurz schlafen. Ja. Digga, wieso hat das jetzt angefangen zu brennen, ey? Was? Nein, bei Lagerfeuern verbreitet sich doch das Feuer eigentlich nicht. Hm, ich suche mal weiter nach dem Dorf, ich würde sagen, ich mache einfach mein Nix, ah ne, ich freue mich gar nicht, ich bin ja noch in der anderen Aufnahme. Okay, jetzt noch Rila Kohle. Ich nehme halt auch immer noch Kohle mit unterwegs hier. Ja, mach. Weil ich meine, wir werden immer Emeralds brauchen noch so. Selbst wenn wir so die Glücksspielzacke einfach noch reparieren wollen oder so. Stimmt. Weil ich ja jetzt auch tendenziell mit der die ganze Zeit abbaue, weil die halt Eile hat und so und ich kriege ja sowieso noch mal mehr Kohle raus, weil die ja Glück hat. Ja. Schon praktisch. Oh ja. Warte, wenn ich jetzt einen Steinblock abbaue. Abgebaut, 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 abgebaut. Crazy. So, die baut ja super schnell ab und ja. Ist halt auch dann echt praktisch, weil die hat ja Effizienz zwei oder drei sogar. Drei und Haltbarkeit zwei. Dadurch lohnt sich das auch mit der abzubauen, so. Na klar. Okay, aber alles zwölfmal schneller. Ich habe keine Ahnung, wieso das hier gebrennt hat. Okay, machst du die Anmod? Oder warten wir bis... Ich brauche keine Anmod, das ist doch noch dieselbe Folge. Achso, ja stimmt. Habe ich aber auch gerade erst gesagt. So meine ich mache eine Anmod. Und dann dachte ich mir so, oh nee, warte, stopp. Heuer. Oh Gott, schon wieder in der Höhe gekracht. Ich habe nicht rechstens Probleme hier. Ich habe auch schon wieder drei Stacks Kohle abgebaut. Ja moin. Was mein aktuelles Problem ist, ich habe echt kein Fleisch mehr. Kein rohes, kein gebratenes, kein gar nichts. Also auf jeden Fall. Ja, Essen ist wirklich, Essen ist wirklich ein Problem, das wir haben. Wir brauchen irgendwas, wo wir Essen herkriegen. Irgendeine Farm oder so, die uns Essen generiert. Ja. Deswegen haben wir eigentlich extrem viel. Ich brauche einfach eine Kuh. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach eine Kuh. Weil die können wir dann immer melken. Und dann bekommen wir halt... Dann können wir halt Dings machen, ne? Brot machen. Genau. Weil ich habe übertrieben viel... Ich habe übertrieben viel Mehl. Ich kümmere mich sonst ein bisschen darum. Ja, das machen wir bei einem anderen Fall. Wir müssen jetzt echt mal das Dorf finden. Sondern es ist irgendein... Na gut, du musst hier vor allem das Dorf finden. Weil du hast die ganze Kohle. Ja, sonst muss ich halt zu dir nach Koordinaten laufen. Ja, stimmt. Oder? Laufen. Aber... Ja. Ja, warte mal. Ich... Croft jetzt hier erstmal noch ein paar Bücherregale. Bist du wieder zu Hause? Ja, ich habe vorhin mein Pferd gefunden. Habe das kurz nach Hause gebracht. Hast du ein Pferd gefunden? Ja. Das war einfach... Random in dem Wald. Ich bin einfach... Dorthin gerannt. Wo ich dachte, dass es ist. Und ich habe zwei Bücherregale. Klar. Das reicht aber glaube ich noch nicht. 28. Okay. Uns fehlt noch so ein Bücherregal wahrscheinlich. Ich glaube echt ein bisschen mystisch auch schon was. Ach scheiße. Wäre es nicht schlauer, wenn wir das Dorf finden, dass wir den Villager mit zu uns entführen? Eigentlich schon. Weil da haben wir den immer halt bei uns. Da müssen wir nicht immer uns das Dorf suchen. Ja, ist so. Hier ist Eis. Ne, das ist kein Eis. Das ist ein Stein. Eisdorf. Alter. Ja, ich bin halt null auf der Höhe von Eis. Das wäre, wenn dann den Eis macht, der ja alles so Eis hat. Hm. Da leide ich ja gar keinen Bock drauf gehabt gerade, weil ich habe die ganze Kohle dabei. Oh ja, das wäre nicht so geil. Und solange du nicht sterben würdest, wäre ja alles chillig. Ja, alleine gegen den Eisdrachen kämpfen. Am besten den ganz großen. Entspannend. Ich habe nämlich nochmal jetzt gefarmt Kohle auf dem Weg zum Dorf. Habe ich insgesamt gefarmt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Geh. Geh. Tauch jetzt einfach. Was ist er hier? Einfach ganz viele Blumen, nehme ich auch mal ein paar mit. Weiß nicht, ob wir Farbe brauchen oder so. Klasse mit Biene. Ich bin halt auch in einer anderen Landschaft. Hier war ja einfach kein Dorf. Also zumindest hatten wir hier kein Dorf in der so einer Landschaft. Ne, es ist krass. So in anderen Welten findet man so viele Dörfer und hier auf dem Server so wenig. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich bin so gefickt, Alter. Musst ja unbedingt Essen finden. Okay. Kann ich Blumen essen? Ne, kann ich nicht. Schade. Quitz geben, kein Essen ist das Problem. Ich habe eine Wüste gefunden. Ne, oder? Oh, moin. Ist das wirklich eine Wüste? Ist das aber ein bisschen falsch? Wollen wir nicht mehr schwimmen, wenn man hochfangen hat? Ah doch, aber nur noch langsam. Delfine! Delfen. Ich bin hier im Meer. Hier ist der auf einer Ozean. Perfekt. Leckt. Ah ja, ich habe Schnelligkeit im Wasser wegen dem Delfin. Ja ja, klar. Mit dem Delfin schon mal. Na ja, klar ist es nicht. Ich mag es nicht in der Hitze, weil ich habe ja diese Schwungkraft. Oh ja. Ja, besser nicht. Aber ich schlachte hier gerade noch einen nach dem anderen Fischen ab. Ich hatte einen Fisch-Schwarm, schlachte ich hier gerade. Ich habe einen Frack gefunden. Bringt uns das was? Na, weiß ich nicht. Das macht ja Loot drin. Da kann halt auch Diastron sein. Und eine Schatzkarte. Wie geil wäre denn eine Schatzkarte, alter? Ich sehe halt nur absolut gar nichts. Okay, das ist eine Kiste. Emeralds. Okay, immerhin. Gold, Eisen. Hier ist noch eine Kiste. Kann ich nicht öffnen. Der Server lag, glaube ich gerade. Kann sein, ja. Ja. Ich kann auch nicht mehr essen gerade. Digga, es geht mein Server ab. Ja. Komplett überfordert. Was ist denn bei dir? Manu kommt mit der ganzen Gang online. Jo, alles klar. Der Server liegt so hart rum gerade. Ich habe keinen Block hier abgebaut. Das Wasser verbreitet sich nicht. Und der Block ist nicht gedroppt. Ich kann keine Kiste löffeln. Nee, ich auch nicht. Okay, ich bin, glaube ich, rausgeflogen. Ich auch. Seid übernommen. Zeitüberschreitung. Hä? Ja, alles klar. Muss man das verstehen? Verschlüsseln. Also ich bin gerade anmelden. Verschlüsseln jetzt. Mal gucken. Der Server hat einfach keinen Bock mehr auf uns. Mhm. Ich kann nicht drauf. Ich komme nicht weiter als Verschlüsseln. Guck mal nach. Ist der ausgegangen? Nee, ist eigentlich noch online. Hat eigentlich auch noch voll viel RAM zur Verfügung. Also ist jetzt nicht so, dass der RAM gerade mega down wäre oder so. Die Server ist offline. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch mal. Ich neunschte mal. Ich komme mal. Zitзängen. Ich developmentsmode. Danach. Ja, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020